Caves and Lizards war so erfolgreich, dass wir nun 29 Fans haben. Das ist ja wie mit meinem YouTube-Kanal. Sorry. So, da ist der Spielbericht. Spielberichte sind eine großartige Möglichkeit, um Forschungspunkte und wertvolle Erkenntnisse zu bekommen. Es zahlt sich aus, einen Spielbericht für jedes Spiel, das du veröffentlichst, zu erstellen. Jetzt, da du deinen ersten Spielbericht fertig hast, lohnt sich ein Blick ins Forschungsmenü. Um das Forschungsmenü zu öffnen, schließe diese Nachricht und dann klicke irgendwo auf den Bildschirm, um das Aktionsmenü zu öffnen. Vorher gucken wir uns aber natürlich den Spielbericht noch an. Unsere Analyse nach Verkaufsstab von Caves and Lizards ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Erstens, Fantasy und Rollenspiel ist eine großartige Kombination. Zweitens, Sound scheint für diese Art von Spiel nicht sehr wichtig zu sein. Drittens, Plattform, Genre, Übereinstimmung, PC plus Rollenspiel ist gut. So, dann gehen wir jetzt mal, wenn wir hier nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen, gehen wir jetzt mal in die Forschung. Forschung ist wichtig, um neue Optionen freizuschalten und bessere Spiele zu entwickeln. Du solltest versuchen, genug Forschungspunkte zu sammeln, um eine eigene Spielengine entwickeln zu können. Das wird deine Spiele drastisch verbessern. Kostet aber auch ein bisschen was, also das ist ein Hinweis. Versuche Spiele mit verschiedenen Themen und Genrekombinationen zu entwickeln, um einen kleinen Forschungsboost zu bekommen. So, wir bräuchten 50 Forschungspunkte für eine eigene Spielengine. Oder wir könnten jetzt mal gucken und ein neues Thema freischalten. So, dann haben wir mal die nächsten vier, können wir hier in der Reihe immer freischalten. Welche das sind, ist wie gesagt zufällig. Ich glaube ganz am Anfang, als das Spiel noch Early Access war und ich das erste Mal mit ihm in Kontakt gekommen bin, da waren die ersten vier, glaube ich, noch vorgegeben und danach war dann zufällig. Aber inzwischen ist es tatsächlich komplett zufällig und ich mache jetzt mal, ich nehme mal Detektiv. Davor schon mal Detektiv, weil da habe ich schon eine Idee, was wir dafür ein Spiel machen können. Caves and Lizards hat mit über 10.000 verkauften Stück einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Let's Play Better. So, wir sind schon fünf Monate ins Spiel rein, ne? 52 Fans schon, fast 100.000. Also über unser Startkapital sind wir schon hinaus mit dem Spiel. Jetzt haben wir mit 70.000 angefangen. Und da ist die Forschung fertig. Fertig. Gott, geht doch. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Detektiv. So, und dann natürlich gleich das nächste Spiel entwickeln. Mit unserem neuen Thema. Natürlich machen wir ein Abenteuerspiel draus. Und zwar... Machen wir nochmal für den PC. Machen wir nochmal ein Spiel für den PC. Ein Detektiv-Abenteuerspiel. Und zwar ist das, äh, die Abenteuer von... Per-Lock-Shows. Text basiert. Ein bisschen Geld sparen jetzt hier für... Zu der Zeit... Mach ich einfach. Ist gleich nicht die beste Idee, weil wir sollten die 2D-Grafik so ein bisschen hochpushen. Aber passt schon. Ich glaube, Stufe 2 haben wir sowieso automatisch beigestaltet, wenn wir eine Engine erstellen werden. So, hier ist natürlich... Äh, die Engine ist unbedeutend. Das Gameplay geht auch runter. Story, Quests. Für Adventure natürlich ganz wichtig. Ich möchte an den Überraschungserfolg von 4. Irgendwann, äh, ihr seht, die Einnahmen gehen runter. Irgendwann wird das Spiel dann natürlich auch vom Markt genommen. Deswegen sollten wir zusehen, dass wir relativ zügig dann auch neue Spiele entwickeln. Gerade in der Anfangszeit. Später kann man sich da tatsächlich ein bisschen mehr Zeit mitlassen. Wohl größere Spiele. Das, was wir hier machen, sind alles noch kleine Spiele. Weil wir als Einzelperson nur kleine Spiele machen können. Es gibt noch 4 weitere Größen. 4. Im Mittel, Groß, X, also Triple X und MMORPG. Das sind, glaube ich, die Größen. Die brauchen natürlich alle unglaublich viel Entwicklungszeit. Nein, mein Hals kratzt schon wieder. Neues Thema, neue Kombinationen. Dialoge. Es gibt nichts, was in einem Adventure so wichtig ist wie Dialoge. Gerade in einem Textadventure. Ich habe auch mal damals, als er in der Schule war, mit einem Kumpel zusammen angefangen. Wir haben mal ein Rollenspiel, so ein Top-Down-Rollenspiel angefangen zu programmieren. Das Tutorial hatten wir auch tatsächlich fast fertig, aber dann irgendwie, also sowas artet halt schnell aus. Und mit dem Chris zusammen habe ich tatsächlich damals im RPG-Maker auch angefangen, so ein Rollenspiel zu designen. Und da hatten wir auch, das war auch ein überaus ambitioniertes Projekt. Mit sechs Charakteren, Hauptcharakteren zur Auswahl. Der quasi so angelegt an Seiken Densee zu 3, wo man da auch sechs Charaktere wählen kann. Also beziehungsweise aus sechs Charakteren seine Gruppe zusammenstellen kann. Hauptcharakter und zwei Nebencharaktere. Und dann hat man einen Prolog, den dieser Charakter erlebt. Oder den immer zwei, also für jeden Charakter einen Prolog. Und danach schließt sich die Geschichte zusammen und man trifft dann die anderen Charaktere. Und sie schließen sich der Gruppe an und bla und blub und alles. Seiken Densee zu 3 übrigens. Fortsetzung von Secret of Mana. Ich weiß nicht, ob die in Deutschland so auch erschienen ist. Oder wie sie in Deutschland heißen. Ob das in Deutschland auch Secret of Mana 3 war. Oder Secret of Mana 2. Oder ob es überhaupt in Deutschland wie es hatte. Also keine Ahnung. Weiß ich echt nicht mehr. Ich habe das Spiel, das gesuchtet hat, geliebt. Und so hatten wir das halt auch. Wir hatten sechs Charaktere. Wir konnten sich am Anfang einen auswählen. Und die Prologue für die Charaktere, die hatten wir tatsächlich, also wir hatten sie alle ausgearbeitet. Und zwei oder drei davon hatten wir auch schon komplett fertig. Aber auch da ist uns irgendwann dann halt die Zeit in die Quere gekommen. Wenn wir keinen Sound haben, brauchen wir auch keinen Sound. Und Grafik brauchen wir auch nicht viel Text. Und so alles in die Spielwelt. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Das will ich doch hoffen. Wir sollen mit den Regeln experimentieren und groß probieren. Und gucken, was haben wir hier jetzt. Und jetzt. Höhöhöh. Caves & Lizards wurde vom Markt genommen. Es wurden 16.841 Einheiten verkauft. Und 117.960 Dollar Umsatz erzielt. Und 80 Fans haben. In der Zukunft zielgruppenspezifischere Spiele anbieten werden. Aber ich glaube, Herlock Shones hat nicht so eine hohe Wertung wie hier. Neue Forschung von sein erstes Spiel, oder? Können wir dann auswählen. Ich weiß es nicht. Was hatten wir noch am ersten? Doch, weil wir seien immer noch ein Rekord. Für ältere Leute. Nein, nein. Ältere Leute bietet sich natürlich an. Immerhin. Und da steigen natürlich wieder unsere Erfahrungspunkte. Auch in Grafik und Sound, wie auch immer das geht, wenn wir weder Grafik noch Sound haben. Aber okay. Hau mal auf. Und können wir gleich nochmal einen Spielwerk dafür erstellen. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel. Sherlock Show. Ja, okay. Das kommt nicht ganz gut an. Könnte besser sein. Ja, ich weiß. Ja, also unser erstes Spiel war besser. Nur unser erstes Spiel war, oh Gott. Unser erstes war definitiv besser. Aber das hat uns ja jetzt auch nicht so viel gekostet. Ich meine, wir haben keinen Sound, wir haben keine Grafik. Das war eine relativ billige Produktion. Zielgruppe ist auch eine Forschung, die müssen wir nicht erstellen. Oder? Die Wachstum kommen. Das war doch. In der letzten 20.000. Im Vergleich zu 5.000 Wachstum. Du kannst nun festlegen, welche Zielgruppe dein Spiel haben soll. Ich mache nie wieder einen Textadventure. Spiele können auf Kiffler und Jugendliche auf alle oder auf eine Erwachsene. Zielgruppe zugeschnitten sein. Unser Analyse Nahverkaufsstart von Sherlock Schoens ist beendet. Und wir haben folgende Resultate erhalten, um Detektiv und Abenteuer eine großartige Kombination. Gameplay scheint für diese Art von Spiel eher wichtig zu sein. Ich muss aber auch nicht wirklich den Fokus drauf gelegt. Neuesten Marktanalysen zu voll machen, verkauft sich der Govodore G64 besser als die Konkurrenten in der PC-Branche. Kunden bevorzugen ihn gegenüber anderen Heimkomponenten aufgrund seines niedrigeren Preises, der besseren Verfügbarkeit und der flexiblen Hardware-Konfiguration. Experten schätzen, dass dies das Ende rivalisierender Hardware-Hersteller-Randerbure. Ja, ich würde sagen, wir sparen jetzt erstmal auf die eigene Engine. Wir sparen jetzt erstmal auf 50 Forschungspunkte für die eigene Engine. Wir entwickeln einfach nochmal ein Spiel. Detektiv haben wir gerade erst rausgehauen. Wir machen jetzt mal immer eine Krankenhaus-Simulation für den G64 am Verlauber-Burschen entwickelt haben. Nach dem massiven Erfolg der TES-Konsole gehen Gerüchte unter Wiener, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Reimkonsole auf den Markt zu bringen. Ich glaube, das ist egal, oder? One Point Crankment. Das wird jetzt eine teure Entwicklung, weil einfach die Entwicklung für den G64 teuer ist. So, Simulationen brauchen keine Story, die brauchen eine vernünftige Engine und Arbeiter, du Sau! Und vernünftiges Gameplay. Gameplay würde sogar sagen, ist noch wichtiger als die Engine. So, weil Strategie ist natürlich die künstlichen, die ist ganz wichtig. Das Level-Design fahren wir mal ein bisschen runter, aber auch nicht zu sehr. Du kannst das, Junge, das wird was! Ich hab's in Morin! So, Dialoge sind's natürlich scheißegal. City Sim wurde vom Markt genommen. Die künstliche Intelligenz sollte von seinem Läppchen sein. Und 232.631 Dollar Umsatz erzielt. Viel weniger, als ich gedacht hätte. In der Simulation gibt es, glaube ich, nichts Wichtigeres, als dass die künstliche Intelligenz funktioniert, denn sonst kommt da sowas bei raus wie in Far Cry 5 oder so. Da, also bis jetzt haben alle unsere Spiele Gewinn gemacht. Das ist auch der Trafik, natürlich ist der Trafik hier ganz wichtig. Und Sound auch, das Spielwelt-Design. Und nochmal, 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 nochmal. Das ist, Simulationen sind ja mehr so ein technisches Spiel. Wir wollen unseren Leuten ja was bieten. Und trotzdem, entsprechend ist mit dem PC-Speaker, fast dem, was wir bei den anderen spielen. Ehrlich gesagt, noch nicht so wirklich viel. Sherlock Holmes wurde vom Markt genommen. Es wurden 9.650 Einheiten verkauft und 67.580. Mal gucken, wie es den Leuten gefällt. Wir machen keine Rekorder. Das ist auch mit dem Spiel. Prinzipiell immer schon mal nicht so geil. Aber dann wird schon, guck mal, Design ist relativ gut. Und in der Technologie haben wir unseren Rekord um einiges. Ich warte natürlich auf das Grafik-Update. Und haben wir jetzt für die nächsten Engine-Level-Ups. Das ist natürlich sehr geil, dann, wenn wir dann mit unserer Nordwena die jüngsten Gerüchte über eine neue Konsole bestätigt. Und die Master-Win tatsächlich fast versucht, mit der alten Engine auf ein Spielzeug, wenn wir dann das erste Spiel mit der neuen Engine überlegen, sei. Und plant die Markteinführung der Konsole in den kommenden Monaten. Äh, nee, nicht Forschung. Spielbericht? Ich kann den Bericht machen, nein. Jetzt. Gerüchten zufolge plant die japanische Firma in Invento, eine eigene Heimkonsole auf den Markt zu bringen. History Point, Leute. History Point. Das ist es. Das ist unser Hit. Guckt euch das an. Das ist unser Durchbruch. Nicht das, was man heute gemeinhin mit Donkey Kong in Verbindung bringt. Also da würde der Rubel aber gleich wollen. Also nicht dieses, äh, da würde der Rubel wollen. Das ist das, wo man Donkey Kong oder Diddy Kong oder wie sie alle heißen, wenn die Gegend steht. Jetzt geht los. Das ist der 8.000.000. Donkey Kong war tatsächlich das, wumms, in der ersten Woche 50.000 rausgeschickt. Superbar, 60.000. Na, man sieht es allerdings auf Dumbwell. 412.000 Umsatz von Mario, Peach und Donkey Kong. Das ist jetzt unser Durchbruch hier. Und man musste quasi, History Point hat mit über 50.000 verkauft. Also der Affa hat einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Mal in den Rampenbucharbeit. Und der Affa hat in der Fässer geschmissen. Und da musste man rüber springen und dann halt quasi den oberen Bildschirm ranzuereißen. Geschichte und Strategie ist eine große Art von Spiel nicht wichtig. Überhaupt. Plattform Genreüberanstimmung G64 Strategie ist großartig. Ich weiß ja nicht, habe ich das, ich glaube ich habe das auch mal in der Let's Show. Alter, kann ich nicht mal vernünftiges Genre kriegen hier. Das ist ja furchtbar. Viele Rampenbezweifelten bezweifeln zwar, dass Heifer kann man ein Renner werden, aber History Point hat mit über 100.000 verkauften Stück einen neuen Firmenrekord aufgestellt. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte aus. Herzlichen Glückwunsch. Du hast dir einen ganz schönen Namen in der Spielebranche gemacht und ein großes Kapital angehäuft. Wenn du expandieren möchtest, solltest du im nächsten Schritt in ein neues Büro rumziehen. Ich habe das perfekte Büro in einem Technologiepark gefunden. Möchtest du mit deinem Unternehmen den nächsten Schritt wagen? Ja, machen wir einfach mal. Prinzipiell ist es eigentlich sinnvoller, noch ein bisschen im Umzug zu warten, einfach noch ein bisschen Geld zu sammeln, weil jetzt die Kosten natürlich steigen, aber ich will euch ja noch ein bisschen was zeigen. Willkommen in deinem neuen Büro. Jetzt, wo du ein größeres Büro hast, kannst du Mitarbeiter einstellen, um ein Weltklasse Entwicklerteam zu bilden, mit dem du noch bessere Spiele produzieren kannst. Nun kannst du dich und deine Mitarbeiter tränen nie, um die Fähigkeiten zu verbessern. Lass uns das mit dem Abschließen des Managementkurses versuchen, den du belegen musst, bevor du deinen ersten Mitarbeiter einstellst. Um zu beginnen, schließe diese Nachricht und klicke auf deinen Charakter. Ich bin in der Auftragsverbindung tätig und wir könnten ihre Fähigkeiten gut gebrauchen. Wenn Sie jemals knapp bei Kasse sind, geben Sie mir Bescheid und ich schaue, ob ich ein paar Aufträge mit mir anzunehmen kann. History Points, das neueste Spiel von Let's Play Better, hat einen Sturm an guten Bewertungen und begeisterten Kunden entfachen. Branche-Experten halten History Points für eines der seltenen Spiele, die einen neuen Qualitätsstandard für zukünftige Entwicklungen setzen. Wie es aussieht, hat Let's Play Better mit History Points Spielgeschichte geschickt. Gut gemacht. Danke. So, ab jetzt wird es halt alles wesentlich komplexer. Jetzt können wir aufklägen. Aufklägen sind ein nützliches Mittel, um ein wenig extra Geld zu verdienen, wenn dein Guthaben niedrig ist. So, ab jetzt haben wir erste Trainingsoptionen. Wir können aus Büchern lernen, nämlich aus den Büchern Juwelen der Spieleentwicklung. Lass mich nachdenken. Spiele-Design für Piraten. Wiederhole dich nicht und unfertiger Code. Ihr seht, ihr Charakter hat vier Stats. Design, Technologie, Geschwindigkeit und Forschung, die sich eigentlich selbst erklären sollten. Design ist für das Erstellen von Designpunkten. Technologie ist dementsprechend natürlich für das Erstellen von Technologiepunkten. Forschung ist für Forschungspunkte. Und Geschwindigkeit bestimmt halt einfach, wie schnell diese Punkte letztendlich auch generiert werden. Und diese Trainingseinheiten in der Technikbildung haben, die jeweils fünf Forschungspunkte und 15.000 Dollar kostet, die steigern halt bestimmte Werte. Welche wissen wir noch nicht, weil wir das noch nicht gemacht haben. Und man kann sich ja aus dem Namen des jeweiligen Buches tatsächlich auch schämen. Das eine oder andere, so ein kleines bisschen herleiten. Wir sollen erst in die Mitarbeiterverwaltung für 25.000, damit wir uns hier ein Team aufstellen können. Deswegen machen wir das jetzt mal. In der Zwischenzeit verkauft sich HistoryPoint weiter wie Marmel Semmeln. Sehr geil, sehr geile Geschichte gerade. Ich hatte ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt jetzt noch gar nicht mit diesem Buch in den Kopf und ich habe gedacht, dass wir noch ein, zwei Spiele brauchen. Gerade weil halt auch die Punkte für HistoryPoint weit unter denen von CitySim zu beklagen. Das sieht eigentlich hart. Du hast deinen Managementkurs erfolgreich beendet und kannst jetzt den ersten Mitarbeiter einstellen. Um damit zu beginnen, schließe diese Mitteilung und klick auf den Einstellen-Button, der sich in der Nähe des großen Schreibtisches befindet. Bevor du jemanden einstellen kannst, musst du eine Stellenanzeige ausschreiben, ein Budget für die Ausschreibungen festlegen und entscheiden, wie du die Bewerber testen willst. Ein hohes Budget erhöht die Zahl der Bewerber. Und die verschiedenen Tests helfen dir, Mitarbeiter mit dem besten Gleichgewicht an Design- und Technologiefähigkeiten zu finden. Warum zur Hölle brauche ich da ein Gleichgewicht? Gerade am Anfang kann man sich einfach so ein bisschen spezialisieren. Klar, irgendwann geht es da nicht mehr höher, da muss man dann anfangen, einen anderen Stud zu trainieren. Aber alles gut. Für die Mitarbeiter-Suche gebe ich einfach mal 110.000 aus. Und wir können jetzt natürlich vorsortieren, entweder mit komplexen Algorithmen für Technologie, ist klar. Demofilm ist, glaube ich, Design- und Demospiel ist von beidem. Gut funktioniert und wir nennen es... Ich möchte ja mit einem Demofilm, bitte. Ich suche jetzt erstmal einen Designer und danach suchen wir noch einen Technologen und dann machen wir das neue Spiel. Anscheinend ist Let's Play Better vor kurzem in einem Büro in einem bekannten Technologiepark gezogen und suchen wir noch einen Mitarbeiter. Das Unternehmen, welches für Spiele wie History Point und Fall-In bekannt ist, hat bisher angeblich in einer Garage gearbeitet. Einer der vielen Fans von History Point sagte dazu, Ich kann nicht glauben, dass sie bis jetzt nicht mal ein richtiges Büro hatten und diese Spiele von einer einzigen Person gemacht wurden. Ich freue mich schon sehr auf ihre zukünftigen Spiele. Ja, immer mit der Ruhe. Heute wurde die neue Plattform Master V von WDF veröffentlicht. Und History Point wurde vom Markt genommen. Es wurden 349.708 Einheiten verkauft und 2.447.995 Dollar Umsatz veröffentlicht. Die Suche für die ausgeschriebene Stelle ist beendet. Du kannst nun die Liste der Bewerber durchsehen und einen geeigneten Kandidaten für diese Stelle auswählen. Denke daran, dass du deine Angestellten jederzeit weiterbilden kannst, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Natürlich kann ich das. So, der Ron Radloff hat eine relativ gute Forschungs- und Geschwindigkeit. Design ist mega. Der ist besser im Design als wir. Technologien ist dafür natürlich furchtbar. Benjamin Owens ist so ein bisschen ausgeglichen. Und Christopher Schmidt ist auch ausgeglichen. Aber ich glaube, ich bin da wirklich nie am interessantesten. War ja auch mein Ziel, einen Designer zu finden. Gut, er kostet 18.000 im Monat. Aber passt schon. Glückwunsch zu deinen ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich leistungsfähig werden. Wenn ein Charakter nicht mit voller Leistung arbeitet, siehst du neben ihm eine Effektivitätsleiste. Diese Leiste wird sich mit der Zeit langsam füllen. Normalerweise ist es eine gute Idee, deinen Mitarbeitern ein Willkommens-Training zu geben, um den Prozess zu beschleunigen. Das wird ihre Effektivität weitaus schneller steigern als normalerweise. Um das zu tun, schließe diese Nachricht und klicke auf den Charakter, um das Aktionsmenü aufzurufen. Neue Forschung verfügbar, mittlere Spiele. So, machen wir erstmal hier das Einarbeitungstraining. Und besetzen gleichzeitig die Position nochmal. Du kannst in diesem Büro bis zu vier Mitarbeiter beschäftigen. Versuche nicht gleich alle auf einmal einzustellen, da Personal teuer ist. Viele Anfänger machen diesen Fehler und gehen bankrott. Es ist am besten, die Sache langsam anzugehen. Ja, aber zwei hätte ich schon ganz gerne. Wie gesagt, einen nochmal für Design und einen für Technologie. Sollen wir jetzt auch mit komplexen Algorithmen nochmal mit, na gut, so machen wir mal 80.000. Und gucken einfach mal, was passiert. Wir haben jetzt natürlich kein Einkommen mehr, ne? Das Spiel ist vom Markt. Also wir müssen dann schon so ein bisschen... Wichtig sind mir halt vor allem die Forschungspunkte. Geschwindigkeit können wir später noch steigern. Forschung ist mir erstmal wichtig. Zu teuer für die Werte. Hm. Ja, den Abstand die meisten... Also nicht mit Abstand. Weil die anderen haben halt mehr Tempo, ne? Na komm, die 18.000, das kriegen wir hin. So, da kriegt auch noch sein. Einarbeitungstraining. Die vor kurzem veröffentlichte Konsole Master V von Vena hat den Markt weltweit in Bewegung gebracht. Brancheexperten meinen, dass die Konsole in Nordamerika nicht sehr gut vermarktet wird, in anderen Teilen der Welt jedoch sehr erfolgreich sein wird. So, hier können wir nebenbei nochmal ein bisschen forschen. Wo haben wir die Cordial-Spiele? Casual, sorry. Dann machen wir gleich nochmal ein, zwei Aufträge, um ein bisschen Kohle reinzuholen, während die sich hier noch fertig einarbeiten. Das ist die Effektivitätsleiste hier, diese Leiste neben denen. Die sinkt mit Erschöpfung, also müssen dann auch anfangen, die Leute auch in den Urlaub zu schicken und sowas. Ähm, aber die sinkt halt auch, solange die Mitarbeiter noch nicht so voll eingearbeitet sind und steigt dann ganz allmählich wieder. So, machen wir erstmal alle Aufträge, die wir haben. Hallo nochmal. Ich habe gehört, dass Sie sehr erfolgreich in der Spielebranche sind und angefangen haben, Ihr Team zu erweitern. Ich habe unsere Kundenliste aktualisiert. Wenn Sie auf der Suche nach Aufträgen sind, lassen Sie es mich wissen, Jason. mittelgroße Aufträge sind jetzt freigeschaltet. Wir machen jetzt noch ein paar Aufträge, machen wir nochmal ein Spiel und gucken, wie gut das ankommt und dann möchte ich hier auch für heute zum Ende kommen. Die Aufträge mache ich eigentlich nur, um Zeit zu überbrücken, während die Leute sich noch ein bisschen einarbeiten. Denn wenn wir dann das Spiel entwickeln, dann sollen die natürlich als Team zusammenarbeiten. Beziehungsweise die Zusammenarbeit im Team sollte dann funktionieren. Das wird ja auch langsam. Wo braucht der hier schon Urlaub, der Ron? Das Gefühl, die Geiste sinkt, ja. Weil wenn ich es hier mit James vergleiche. Mit dem wachsenden Interesse an Videospielen bildet sich auch eine wachsende Leserschaft von Videospielmagazinen. Solche Magazine bieten Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, ihre Spiele zu präsentieren. Neue Forschung verfügbar, Marketing. So, ähm, das werden wir nie im Neben schaffen. Den vielleicht. Den könnten wir eventuell schaffen, wenn die jetzt wirklich mal vernünftig zusammenarbeiten und der James sich nicht eine ganze Woche an den Haaren kratzt. Das ist ja furchtbar. Kürzliche Marktanalysen zeigen, dass der Govodoro G64 gegenüber anderen PC-Herstellern langsam an Marktanteilen verliert. In einer inoffiziellen Stellungnahme erklärt ein Angestellter von G64, dass das Unternehmen es nicht geschafft habe, teurere Computer auf den Markt zu bringen, um sich gegen neuere und fortschrittlichere PCs zu behaupten. Und so gehen die Urgesteine der Spieleentwicklung. Langsam vor die Runde. Okay, kann man noch irgendwas Schönes erforschen gerade? Mittlere Spiele. Das will ich aber tatsächlich jetzt noch gar nicht. So, alle auf Maximum. Klopp ein Spiel raus. Ein Sci-Fi-Spiel. Und zwar machen wir mal einen ganz neuen Genre. Machen wir mal ein Action-Spiel, oder? Machen wir mal ein Action-Spiel. Und zwar... Und zwar PC und G64 nehmen sich vom Marktanteil jetzt quasi gar nichts mehr. So, und zwar machen wir ein Action-Sci-Fi-Spiel für Erwachsene. Und zwar... Duke Nuke'd them. So. Wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. Unsere erste Entwicklung im Team. Jo! In der Planungsphase erstmal gar nichts mehr rausgekommen. Eine lineare Erzählung bauen wir natürlich ein. Ein bisschen Story soll das Spiel schon haben. Schwerpunkt liegt natürlich auf Gameplay und Engine. Legt los, Leute. Trink keinen Kaffee, legt los. Da purzeln die Punkte. Und sind tatsächlich gar nicht so viel mehr beeindruckend, wie das, was wir ganz alleine in unserer Garage produziert haben. Was ist da los? Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Das können wir so lassen. Ihr werdet ja wohl wenigstens mehr Punkte zusammenkriegen, als ich alleine. Das ist ja gerade echt enttäuschend. Hi, ich bin Steve O'Connell, Journalist bei Planet GG. Wir haben Gerüchte gehört, dass Sie gerade ein Spiel für ein erwachsenes Publikum entwickeln. Würden Sie uns ein Interview darüber geben? Ja, klar. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden das Interview nächste Woche veröffentlichen. Es gibt ein bisschen, äh, Marketingpunkte, glaube ich. Nenvento hat heute eine Handheld-Konsole mit dem Namen Gamelink angekündigt. Was zeichnet das Gerät aus? Austauschbare Module, ein einfarbiger Bildschirm auf grünem Hintergrund, eingebaute Lautsprecher und sogar ein Mehrspieler-Modus via Link-Kabel. Im Vergleich zu PCs und anderen Spielkonsolen ist der Gamelink technisch gesehen keine Sensation. Aber da er so kostengünstig und tragbar ist, könnte er eine große Fangemeinde finden. Der Gamelink wird in zwei Monaten in die Regale kommen. Ja, für den können wir vielleicht auch tatsächlich mal was entwickeln. Planet GG hat vor kurzem ein Interview mit Let's Play Better veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Rio LPB, Eigentümer und Geschäftsführer von Let's Play Better, erklärte, Wir glauben, dass Spieler sich anspruchsvollere Spielinhalte wünschen und gehen gerne ein Risiko ein, um dieser Nachfrage zu entsprechen. Viele Branchenexperten glauben, dass nicht-jugendfreie Spieler früher oder später geläufiger werden. Wir sind gespannt, wie der Markt auf diese Spiele reagieren wird. Oh ja, ich auch. Ein großartiges Spiel zu entwickeln ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Es ist wichtig, einen Hype um ein Spiel zu generieren, um Begeisterung unter den Spielern hervorzurufen. Wie man an dieser kleinen Einblendung am oberen Bildschirmrand direkt unter, also hier oben bei der Tafel, da ich lesen kann, ein Hype von 8 durch dieses Interview, das wir gegeben haben. Wenn wir Marketing erst mal erforscht haben, da brauchen wir 40 Forschungspunkte für, die wir jetzt natürlich haben, dann können wir dann auch selber Marketingkampagnen erstellen. Wobei wir da dann so ein bisschen auf das Timing achten müssen, dass das Timing so mit dem Release so ungefähr hinkommt, dass wir den größtmöglichen Hype erzielt haben, damit wir dann natürlich auch mehr Kopien des Spiels unter die Leute bringen können. Also, aber jetzt hier fürs erste Mal. Am Anfang deiner Karriere wird Hype meist durch Zufallseitens erzeugt. Sobald du mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du Marketingkampagnen und andere Strategien nutzen, um Hype zu generieren. So, jetzt erstmal die Bugs da noch schnell raushauen und dann bringe ich nur dieses Spiel an den Leuten, was ungefähr so viele Punkte hat, wie das, was ich alleine in der Garage geschafft habe. Ich bin beeindruckt von euch, Team. Ich bin beeindruckt. Mensch, da wird Duke Nukem ja ein Riesenerfolg, was? Oh Mann. Gut, die Bewertung und die ersten Verkäufe warten wir jetzt hier tatsächlich noch ab. Und dann soll es das vorerst, ich sag gezielt vorerst, im Rahmen dieses Let's Show erstmal gewesen sein. Na, hier, du kannst mal, kannst du noch nicht, okay. Du kannst mal einen Spielebericht erstellen nochmal. Und, na. So, Zeit her, was ist bei rumgekommen? Ja, gut, an die Bewertung von History Point kommt es nicht an. Aber, ordentliches Spiel. So, und du machst noch Forschung im Bereich Marketing und du machst Forschung im Bereich mittlere Spiele. So. Dann wird hier jetzt erstmal geklotzt und gekleckert. Und die Verkäufe halten sich in der Tat so ein kleines bisschen in den Grenzen. Du hast Marketing erfolgreich freigeschaltet. Du kannst die Marketing-Optionen im Aktionsmenü aufrufen, aber nur, wenn du dich in der Entwicklung eines Spiels befindest. Unsere Analyse nach Verkaufstart von Duke Nukem ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Sci-Fi und Action ist eine großartige Kombination. Dialogen scheinen für diese Art von Spiel überhaupt nicht wichtig zu sein. Plattform-Genre, Übereinstimmung, PC und Action ist gut. Plattform-Zielgruppen-Übereinstimmung, PC und Erwachsene ist tatsächlich sogar großartig. Und trotzdem verkauft sich das Spiel nur mäßig. Im Vergleich zu anderen Spielen, die wir rausgehauen haben. Hallo Rio LPB, ich verfolge die Entwicklung von Let's Play Better seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Umfangreichere Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Er wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird er den Großteil der Gewinne selbst einstreichen, aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen werden, lohnt es sich meistens trotzdem. Ich kann sie mit ein paar Publishern bekannt machen, damit sie sich die verfügbaren Aufträge ansehen können. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Jasmine Droke. Und damit haben wir jetzt die Publisher-Aufträge und Publisher-Verträge freigeschaltet. Aber die werde ich in der Tat heute nicht mehr zeigen. Das war es nämlich erstmal mit unserem Let's Show von GameDevTycoon. Und ja, ich sage erstmal, weil mir die letzten anderthalb Stunden echt riesen Spaß gemacht haben. Und ich finde es echt toll, mich mal wieder mit diesem Spiel zu beschäftigen. Und ich möchte es nicht ausschließen, dass ich tatsächlich in absehbarer Zukunft noch einmal, vielleicht nochmal mit einer zweiten Runde Let's Show mal schauen. Aber ich will es nicht ausschließen, dass ich in absehbarer Zukunft nochmal gemeinsam mit euch zu diesem Spiel zurückkehren werde. Denn noch sind wir nicht bankrott. Wir haben also noch einiges zu tun, um diesen Zustand zu ändern. Aber für heute soll es erstmal reichen werden. Ich habe euch die Grundlagen gezeigt. Wir sind ins Büro. Wir haben auch ein Spiel mit unserem Team erstellt. Ein paar schlechte, ein paar unglaublich schlechte Wortrütze in unseren Spielen haben reingebracht. Und damit soll es das dann auch gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. So, okay. Jetzt aber. Speichern. Speichern. So, gespeichert. Und ciao.